Selbermed Reinigungsschaum Bei fettiger und unreiner Haut Reinigt mild und poren tief Bekämpft Hautunreinheiten Lindert Reizungen und Entzündungen Der milde Reinigungsschaum ist besonders gut geeignet für empfindliche Haut. Der Wirkstoff Montaline C40 bekämpft Bakterien auf der Haut und hilft so, die Bildung von Pickeln und Mitessen zu verhindern. Die Pflegeformel mit Panthenol fördert die Regeneration gereizter oder entzündeter Haut. Die Haut wird glatter und geschmeidiger. Anwendung Den Reinigungsschaum morgens und abends auf die angefeuchtete Haut auftragen, leicht einmassieren. Augenpartie aussparen Anschließend mit Wasser abspülen Der Reinigungsschaum ist für alle stark fettenden und von Pickeln betroffenen Hautpartien geeignet. Bekämpft Hautunreinheiten im Gesicht, Dekolleté und Schülterbereich. Die Pflegeformel mit Wasser abspülen